Okay, das haben wir komplett, das haben wir komplett, das haben wir komplett. Oh, das haben wir noch nicht komplett, sonst wäre da ein Grünchen. Phantomgalaxie, gehen wir das mal an. Die war auch ganz witzig. Ah, jetzt fällt hier wieder der Groschen. Jetzt fällt hier wieder der Groschen diesbezüglich dieser Galaxie. Ich habe ja gesagt, wir können hier einem bestimmten grünen Charakter begegnen. Und ich dachte ja, mit dem grünen Stern können wir ihm begegnen, aber nö, hier in dieser Mission, rette Luigi aus dem Spuckhaus. Ich weiß, dass es Spuckhaus heißt, aber Spuckhaus klingt lustiger. Und da ist er. Yay, Luigi? Der arme Luigi. Luigi, was hast du eigentlich immer mit Geisterhäusern? Und ich finde auch eine ziemlich coole Galaxie. Ich meine, schau durch den Hintergrund an. So komischer Gespensternebel da hinten dran. Ähm, Toadie? Wir haben Luigi in dieser Galaxie geortet. Hoffentlich ist er nicht von einem Geist gefressen worden. Ach, nö, da glaube ich nicht. Boah, ich glaube, hier gab es auch einen Geheimstern, oder? Ja. Oder war das ein Geheimstern? Bin mir sicher. Fetzen wir mal diese Viecher hier weg. Ähm. 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 Nö, das hatte, glaube ich, nichts mit einem... ...Secret Star zu tun, oder? Keine Ahnung. Okay, what's going on here? Buhu, 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 komm her ins Licht, Buhu, ja, du Trottel. Okay, du hast den Schlüssel. Okay, du hast den Schlüssel. Nice Sache. Ich weiß, dass wir diese Bowser-Statuen hier wegbashen konnten. Ich glaube, das ging mit Bomben, aber wo kriegen wir hier Bomben hier? Bomben, Lampenölseile, Bomben. Huh, wo kommst du denn hier? Geister sind empfindlich gegenüber Licht. Der Typ kommt dezent zu spät. Ich weiß doch schon Bescheid. Ja, noch ein paar Sternteile. Die nehmen wir auch mal mit. Kann ja nicht schaden. Boah, da war voll gegen das Gemälde geknallt. Wie auch immer du das hingekriegt hast, Mario. Okay. Okay, wir müssen hier wieder Sternen, Splitter sammeln. Boah, äh, voll ins schwarze Loch gehämmert. Ich muss auch sagen, jetzt zu dieser Jahreszeit, wo ich das hier gerade aufnehme, passt diese Mission, beziehungsweise diese Galaxie ja total. Halloween-Zeit und so. Alter, ich sterbe hier noch. Oh, Mario. Boah, ich muss schon sagen, wenn du dich jetzt treffen lässt. Okay, wo ist der da vorne? Da vorne, da vorne an der anderen Wand ist der letzte. Wie gesagt, schon eine ziemlich coole Galaxie. Luigi. Mein Bro, what's going on here? Spaghetti. Also, Luigi. Wir kriegen dich da schon irgendwie wieder raus. Boah. Jiii. Boah. Diese waghalsigen Aktionen, die Mario hier macht. Na, ihr kleinen Gurus, komm, euch ignoriere ich mal gekonnt. Ah, ja, genau. Wir müssen hier auch wieder mit einer neuen Verwandlung arbeiten. Oh yeah, du bist nun Geist Mario. Um unsichtbar zu werden, schüttle den Joy-Con oder drücke Y. Nexilon. Na, ist das nicht was? Nein, hoffentlich hat Luigi jetzt keine Angst vor uns. Denn wir wissen ja, wie er mit Geistern, ja, so umgeht. Na, na, na. Oh, ach. Ja. Und als Geist Mario dürfen wir auch nicht ins Licht. Sonst verlieren wir unser Power. Unser Power. Wir verlieren unser Power. Grandioses Deutsch. Ich bin in Spanish. Ach stimmt, wir können ja auch noch so ein bisschen schweben. Mit der Sprung-Taste. Und ja, die Gurus stehen total auf uns. Geh weg. Geh weg. Okay, so. Äh. Luigi. Luigi. Ein Geist. Okay, so können wir nicht mit Luigi reden. Wir müssen wieder unser wunderschönes Erscheinungsbild erhalten. Und zu Mario werden. Hilf mir. Oh, Bruderherz. Da bist du ja endlich. Ich habe die Toads aus den Augen verloren. Es war furchtbar. Aber ich habe einen Power-Stern gefunden. Siehst du, ich bin doch zu etwas zu gebrauchen. Komm, Luigi. Komm, als ob du zu nichts zu gebrauchen bist. Du bist bei vielen Nintendo-Fans beliebter als Mario. No. Ab nach Hause. Oh yeah. Oh yeah. So, und jetzt dümpelt Luigi hier mit auf der Sternwarte rum. Rette Luigi aus dem Spuckhaus. Willkommen zurück. Dort drüben ist jemand, der behauptet, dein Bruder zu sein. Ich habe keinen Bruder. Einen Spaß. Als ich ihn fragte, sagte er mir, er wollte zusammen mit dir Power-Sterne suchen gehen. Ihr habt euch bestimmt viel zu erzählen. Schaut doch mal bei der Garage vorbei. Oh yeah. Let's go. Hey, Luigi, du alte Socke. Du kleiner Tölpel, du. Was ist los? Was hast du mir zu sagen? Herr Bruder, du suchst doch nach Power-Sternen, oder? Dann will ich dir dabei helfen. Wahrscheinlich hast du in der Eierplanet-Galaxie einen übersehen. Wenn ich ihn gefunden habe, schreibe ich dir einen Brief. Versprochen. Ah, ja, genau. Also manche Sterne können wir selbst nicht finden, sondern die muss Luigi finden. Ähm. Ja, allerdings, äh, ja, Luigi hat so ein gewisses talentlichen Schwierigkeiten zu bringen. Aber ich denke, das wisst ihr. Ich meine, es ist Luigi, hallo? Aber das macht ihn so sympathisch. Luigi, finde ich, hat generell mehr Persönlichkeit als Mario. Ich meine, Mario, der ist der Allrounder, ja, er ist der große Held vom Mushroom Kingdom. Ähm, er ist halt ein Alleskönner. Er ist mutig und blablabla. Man kennt Mario. Aber Luigi. Luigi, dieser kleine Töbel. Ich meine, was weiß man über ihn? Er ist ängstlich. Er bringt sich gern selbst in Schwierigkeiten. Aber er beißt sich immer durch. Er weiß sich trotzdem, trotz seiner Angst, immer wieder so ein bisschen zu helfen. Das sieht man ja auch an den Luigis Mansion Spielen. Ich finde, diese ganzen Charaktereigenschaften von ihm, die man aus Luigis Mansion kennt, die machen ihn einfach viel menschlicher, viel persönlicher. Wahoo! Na, gucken wir mal, was wir hier noch machen können. In der Phantom-Galaxie. Buu-Hu-Wettläufer! Ach Gott, ja, genau. Wir haben so ein bisschen die Mission Koopa the Quick in Galaxy nochmal aufgefrischt, allerdings diesmal mit einem Buu-Hu. Ich muss sagen, das ist der stylischste Buu-Hu, den ich je gesehen habe. Und der Lucario-Gamer guckt YouTube auf der Switch. Ein Lucario-Gamer. Ich weiß genau, was du tust. Ah ja, genau, genau, genau. Das war so eine Säule, die ich letztens gesucht habe. Wieso? Ich glaube, jetzt habe ich eine andere Mission angefangen. Scheiße. Nein! Das war ein Secret Star. Verdammt. Ihr kleiner Tölpel. Ja, von wegen Luigi ist der Tölpel. Ich bin hier der kleine Tölpel. Wuh! Sternteile. Buu-Hu, verzieh dich. Ja, und der Boden, der... ist so leicht, eigensinnig. Ja. Verzieh dich mal Buu-Hu. Hier muss jeder Schritt geplant und mit bedacht gesetzt werden. Ich habe eine coole Mission. Das ist mal ein Scrolling-Level auf andere Art. Das ist ja auch echt gut. Ja, Mario. Immer schön bedacht und entspannt. Ach Gott, jetzt müssen wir hier klettern. Das ist wiederum etwas, was ich nicht so gerne mache. So ein ekelhaftes Crawling-Level mit Klettern. Oh, Mario! Was machst du denn? Meine Fresse! Ich drück nach unten und der meint hier erstmal eine Runde zu drehen. Alter, dieser Klempner, ey. Dieser Klempner, der bringt mich noch ins Grab. Oh, Power-Steuern, Power-Steuern. Cool, jetzt haben wir, glaube ich, eine geheime Mission gemacht. Kann man ja auch mal machen, ne? Aber haben wir wieder was Besonderes freigeschaltet? Weil wir hier landen? Vor Rosalina? Schwebender Stern im... Was? Im Rabenschwarz? Hä? Okay. Hier ist ein Brief von Luigi. Ich habe den Power-Stern, aber jetzt komme ich nicht mehr zurück. Das Foto hilft dir, mich zu finden. Was ist das für ein Ort? Er wird vertraut, aber andererseits doch wieder nicht. Damit du Luigis Aufenthaltsort nicht vergisst, gebe ich dir dieses Foto. Wenn du das Foto sehen willst, drücke Plus, um den Pause-Bildschirm aufzurufen. Dann wähle ich das Brief-Symbol, um das Foto zu betrachten. Ich weiß natürlich, oder siehst. Das ist bei der Eier-Planeten-Stern-Gedöns-Galaxie ziemlich am Anfang. Ich glaube, wenn wir den Grünstein jetzt einsammeln, dann dürften wir die Eier-Planeten-Galaxie eigentlich auch vollständig haben. Na, dann gucken wir mal. Und da oben ist er. Auf dem Dach. Der gute Luigi. Dann komm, mit einem gezielten Dreisprung, Wandsprung, Kombinationssprung, kriegen wir das schon hin. Du hast mich wieder gerettet, aber auf dich ich es eben verlasse, Bruderherz. Du willst den Power-Stern, oder? Den habe ich gefunden. Hier. Sweet. Okay, das ist kein Grün-Stern. Es ist ein normaler Stern. Nimm den Power-Stern und kehre schnell zurück. Oh yeah. Cool. Ist die Galaxy jetzt komplett, oder? Ich glaube nicht, oder? Nö, es fehlt tatsächlich noch einer. Oder? Ne, ne, da war doch jetzt kein Grünchen. Oh, es fehlt echt noch einer. Okay, lassen wir das jetzt erst mal. Und gucken mal, dass wir bei der Phantom-Galaxie endlich mal hier das Rennen gegen den Buu-Hu machen. Ups, Entschuldigung. Das war echt einfach mal der Secret-Star, den wir bereits gemacht haben. So, jetzt aber. Buu-Hu-Wettläufer. Oh, ähnlichen Viech. Buu-Hu-Wettläufer. 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 Ah ja, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Buu-Hu-Wettläufer. Pass auf, die Fleischstücke auf. Hm, Fleischstücke. Gegen diesen Geist kann man nicht gewinnen. Ach, Toadie, du hast es bestimmt noch nicht mal probiert. Du willst ihn da haben? Dann musst du mich im Rennen besiegen. Soll mir recht sein. Sagst du, der Buho ist richtig stylisch. Also dann, auf geht's. Wieso klinge ich wie Toad? Ich weiß es nicht. Vielleicht warst du mal ein Tod in deinem früheren Leben. Man weiß es ja nie. Im Prinzip eigentlich auch ganz einfach hier. Easy peasy. Ja, sagte er und verkackt erst mal richtig. Okay, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Auf das Black Hole achten. Mann, mach doch. Mario. Mario. Ich verkacke das Rennen. Nein. Jetzt hier lang, hier lang. Ey, das ist unfair. Er kann sich hier durch die... Ja, durch die Knochen... ...gleiten lassen. Keine Ahnung. Oh, ich kann das noch gewinnen. Ihr kann einfach gewinnen. Ja! Okay. Das war jetzt wesentlich knapper, als ich dachte. Hab mich aber auch angestellt. Und ich dachte, ich hätte den Sieg schon in der Tasche. Versprochen ist versprochen. Ich gebe dir diesen Stern. Wesen Sie sein Ehrenmann. Oder ein Ehrengeist. Hey, nimm ihn und verschwinde. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, Junge. Wesen ähnung. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020